Ich hätte gerne einmal die Chizza mit Salami und einem großen Pepsi-Lite. Danke, tschau. Willkommen zurück zu meiner Artcom-Stay-Hungry-Fastfood-Review. Wir haben unser Essen, jetzt suchen wir uns zum Parkplatz und dann schauen wir, was ich kann. Chizza von KFC. Ich habe für die Chizza und ein Getränk 8,99 Euro gezahlt. Es ist schön wieder da zu sein. Ich hatte ein paar kleine Probleme mit meinem Equipment, aber scheiß drauf. Wir machen jetzt die Review für die Chizza. Deswegen bin ich für euch zum KFC gefahren. Um die Chizza. Da ist eine Gabel drin. Chizza kommt in einer ziemlich coolen Verpackung, wie eine Pizza. Ah ja, okay. Das ist die Chizza von KFC. Das sind einfach nur Hähnchenteile mit Tomatensoße, Käse und Salami drauf und Paprikastücke. Lange Rede, gar kein Sinn. Ich hau das jetzt mal weg hier. Ja, das ist ein Käseschnitzel. Ah, die Chizza löst jetzt den Dirty Lusiana ab. Dirty Lusiana. Oh Gott. Das war der beste Burger. Der beste Burger, den ich bis jetzt bei einem Fastfood-Laden gegessen habe in Deutschland. Alter Falter, KFC. Da habt ihr euch ein Denkmal mitgesetzt. Wow. Egal, jetzt geht es aber nicht um den Dirty Lusiana. Leider, ich will ihn zurück. Oh mein Gott. Sondern um die Chizza. Das ganz normale klassische Fried Chicken, Tomatensoße und dann Paprika und oder Salami. Probier's nochmal. Also ich finde, die Chizza von KFC ist ziemlich... Das limited厚 kort. Das ist definitiv, die Chcka aus KFC war- und deshalb öppel Видen von Parabinu. Kohle, übers sei. Das ist auf Ansatz, was specialists alumnus. Das sind die Chczyp renowned für die Chizza derbelastfather G área. Das ist ein Sondere, das bes inclusiv finde. Das ist verbonee revise, was ich Dir immer gesagt. Das ist die Chizza. Kommen wir zur Bewertung. Die Chizza von KFC bekommt von mir einen Bart. Eins. Was soll das? Was ist das für eine dumme Frage? Was soll das? Tu mal selber nachdenken über deine dumme Frage. Was soll das? Mal Butter bei die Fische hier. Die Tomatensauce schmeckt so wie die Tomatensauce auf den Baguettes vom Aldi. Und die sind nicht wirklich gut. Die Salame ist Rindersalami, okay, das ist okay. Das Problem ist nur, man schmeckt absolut nichts vom Chicken. Also gar nicht. Es ist praktisch nur diese komische Tomatensauce, die echt einen eigenartigen Geschmack hat. Und die Salami. KFC. Ihr habt so viel richtig gemacht in der letzten Zeit. Aber das war echt richtig... Scheiße. Wenn es wirklich eine Form von einer Pizza gehabt hätte. Rund und flach. Und dann das ganze Beleg praktisch wie wirklich eine Pizza. Aber das ist ein verskacktes Käseschnitzel. Das ist nicht mehr oder weniger wie ein Käseschnitzel. Leute. Es heißt auch nicht Schitzer. Es heißt Chitzer. Weil es ist nämlich eine Pizza und eigentlich Chicken und kein Schicken. Okay? Ich finde es eine Frechheit. Erstmal 8,99 Euro dazu zu verlangen für ein Getränk und die Chitzer. Dann nur zwei so kleine Mini-Stücke zu bekommen mit Käse und einer ekligen Soße drauf. Nein, nein, nicht mit mir. Ich liebe KFC. Aber da, das war ein Griff ins Klo. Sagt mir doch mal, wie ihr die Chitzer findet. Habt ihr sie gegessen? Was habt ihr dafür bezahlt? Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Das war es auch schon wieder von meiner Seite. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt. Dann mal bis dann mal. Stay hungry. Das war es auch schon wieder.